künstliche wo ich elf geht also in folge braucht und nicht einfach nur die abgehung ich hab ja auch keine nummer weil ich setze einschneid die runde lange länger wird meine meisten kills werden etwas zu lack 50 bomb möglich 50 Die Bombs, du hast ja das Kompeten. Gib den Gegner grad 70er Bomben, Digga. Echt? Ja, aber die Runde geht auch absolut lange, Alter. Boah. Lol, Alter. Also ich muss sagen, diese ganze Bullshit-Scheiße, die man hier rumwerfen kann, ne? Das fuckt schon ab, Alter. Oh, guck mal hier, die Feetworte! Ah, Mann, krass, Digga. Beiseite, ihr Hunde! OOOOOH! OOOOOOOOH! Jetzt kommt eh der Panzer, egal.. Jetzt kommt eh immer die Panzer! Jetzt kommt eh der Panzer, egal.. Oh mein Gott! Schaut im Sveen noch! Ihr könnt noch rein.. Ja, siehst du? Ja, das Spiel. Oh mein Gott! 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 Was hab ich gemacht? Oh mein Gott! Was hab ich gemacht? Hier haben wir keine Kasschen! Hopp! Hopp! Digga, die geht gerade in Herbst, wo denn ein Kamm. Nein, sitzt eigentlich. Nee, jetzt sieht auch nur so aus, Alter. Ist das so ein Knall, oder was? Ich bin leise, Mama. Ja, jetzt bin ich gestorben, du bist schuld. Ja, ist okay, Mama. Ja. Der muss echt mal besser auf Panzer machen. Ja. Ah, den Körsen hier. Aber was ich den gerade gegeben habe, Mann. Was war das für ein Feed, Alter?